hallia löchen und herzlich willkommen zu terraria wieder ich bin allein ich habe hier gebaut und jetzt gibt es schon wieder ein solar clips da hinten seht ihr den ding ich habe hier das gebaut also ich habe hier auf dem hotel ich zeige es einfach mal kurz ich habe hier aufs hotel habe ich hier so einen raum oben drüber gebaut und dann hier eine wendeltreppe in der man hochgehen kann und dann ist hier oben ein neuer typ der muss nämlich in den mushroom biom kommt dann nur der typ der verkauft mir diesen autohämmer den habe ich hingebaut und mit diesen autohämmer habe ich mir diese rüstung macht die schrumeid rüstung und die gibt mir jetzt auf range ziemlich geilen scheiß und ich habe so was hier jetzt gehe ich mal in die arena und zeige euch mal was ich kann ich habe einen flammenwerfer und die rüstung wenn ich länger an einer stelle der stehen bleibt dann werde ich unsichtbar und machen mehr range schaden also mit dem flammenwerfer mehr schaden und jetzt sehen die mich auch nicht weil die wissen wo ich bin und was cool ist der flammenwerfer der benutzt gel also was die die dings trocken als als munition reicht der so weit runter und jetzt hoffe ich einfach dass ich wieder broken heroes dort bekommen und dann zeige ich euch noch mal in aller ruhe was ich gebaut habe und dann hoffe ich dass wir in der nächsten aufnahme dann richtig geilen scheiß machen können ja für den flammenwerfer stimmt da ist auch noch was passiert und zwar ist skeleton prime also der typ mit diesen vier armen ist gekommen den habe ich besiegt da war ich aber die aufnahme verkackt das wollte ich aufnehmen habe ich verkackt und die haben das soul of rights fallen gelassen also diese seelen und die habe ich die brauche ich für den flammenwerfer und noch illegal gun parts die habe ich gekauft bei dem waffenhändler und noch irgendwas ja genau mir läuft hier so ein pilz hinterher den seht ihr auch den habe ich bei dem pilzhändler gekauft für 35 gold habe ich mir einfach mal gegönnt und das ist ein pet der läuft hinter mir her ist ja nicht süß ich zeige ich mal kurz was von bach steht hier baby truffle isn't this just so cute mit fünf ohr geschrieben das mag ich daher genau und ich habe mit dem toby im offscreen habe ich noch die ganze chlorophyt gefahren für seine rüstung und für meine rüstung das war jetzt für euch bestimmt nicht so interessant deswegen haben wir das einfach gemacht und weil meine rüstung die braucht eben chlorophyt und einen einen von diesen leuchtenden pilzen diese da diese glowing mushrooms ich zeig dir euch gleich mal wie man das wie ich die gemacht habe dann seht ihr das auch noch aber jetzt will ich erstmal dieses solar eclipse machen ich habe diese light ist hier was ein bisschen fail ist die sind leider nur für die nahkämpfer oder hier milli damage machen die das heißt für mich bringt die gar nichts aber ich habe eben keine flammenwerfer dazu muss ich nur ganz viel ding gut machen wie heißen sie hier wisst ihr was ich meine die die flambe halt die bubbles und der mega shark der verschießt ja ganz normal bullets und ich will mal mache mit meiner rüstung generell ziemlich viel fernkampf schaden diese vampire hier und zwar ich zeige euch das mal kurz not moving puts you into cell increasing ability and reducing chance chance for enemies to target you also die die sehen ich jetzt auch gerade auch gar nicht und wenn ihr mal kurz seht ich habe jetzt 35 schaden wenn ich stehen bleib ich mach gleich mal stehen dann erhöht sich der schaden auf 52 das ist nicht schlecht pro schuss wohlgemerkt das ist echt nicht schlecht und der macht so noch mehr der flammenwerfer habe ich aber gerade eben erst gekauft also gerade als ich ihn gekauft habe ist eben dieses event hier solar eclipse passiert ach genau und was habe ich noch eine ausrüstung das zeige ich auch noch kurz erst mal kurz einen heiltrank trinken hier das ranger emblem 15 prozent mehr schaden auf range attacken das heißt ich mache jetzt ein bisschen schaden glaube ich jetzt habe ich da ich habe viel flammenwerfer mehr muss ich mit mega schaden schießen muss mir nachher unbedingt ich musste vielleicht noch eine farm bauen um man kann auch sich in so eine slime farm bauen damit ich ganz viele slime kugeln bekommen so habe ich schon einen ein poken hier ist so aber tobi und ich haben jetzt zwei gesammelt ich sollte einfach nicht zu viel offscreen bauen aber ich nehme es ja jetzt auf extra ne also ich nehme es ja extra auf ihr solltet nicht rumheulen jetzt hört ihr mich halt quasi nur solo labern nicht unbedingt das beste ich weiß aber oh ich sollte fallen lassen irgendwas wo sind was habe ich gerade eingesammelt broken bad wing jetzt kann ich mir andere flügel machen wenn ich denn will das ist wie mit der harpienfeder damit haben wir unsere flügel gemacht wir haben ja alle harpienflügel kann ich mir jetzt damit flügel machen wieso passiert auch das solar eclipse wieder wenn ich nur noch ein bisschen rumbauen will ich verstehe es ansonsten ihr könnt ja auch mal in die kommentare schreiben ob ich das bauen eben nicht offscreen machen sollte sondern onscreen also mit euch aber es ist nicht ganz so interessant das bauen also ich setze die dinge aneinander und merke dass es scheiße aussieht und setze sie wieder anders aneinander so sieht mein bauen aus so mal ein bisschen na wobei komm ich hab noch munition mal wieder einen heiltrank trinken so ich hüpfe hier ein bisschen rum damit ich nicht in stealth gehe damit die mich auch wieder finden so was habe ich denn noch gefunden genau das cross necklace habe ich von einem ding wieder eingesammelt hier ist soul of white eben von dem skeleton von damit kann ich eben diesen truffle spawnen der händler heißt auch truffle und das ist eben der baby truffle hier da schließt jemand und cool ich kann auch schießen na wie schmeckt dir das kollege es grenzt ein bisschen an massenvernichtung jetzt mit der rüstung die ich habe die ist echt ziemlich nice und die finde ich nach wie vor einfach super diese wolken vor allem gerade für die taktik die ich hier fahre dass ich mich einfach hier hinstelle und warte bis alle kommen genau ich musste mir dafür eine lead bar machen um diesen flammenwerfer zu bauen au die machen echt schaden die ah wer schießt denn da schon wieder da unten oh jetzt kriege ich echt grad schaden ich bleib mal kurz in bewegung ich weiß von rechts kommt was okay danach muss ich mir erstmal neue munition kaufen und ja nach so einem solar eclipse geht's also bei so einem solar eclipse geht's ab ihr seht auch hier wie der mond immer lang wandert so mal kurz ein bisschen leben einsammeln und dann bin ich kurz gewillt zurück zu porten um ja ich mach das kurz ich hab nämlich hier noch einen vollen stack von slimies warte von gel und jetzt kann ich hier wieder feuern die macht 39 schaden die waffe plus 11% damage hat sie und plus 10% speed nicht schlecht soo Monster ich bin wieder da dann können wir loslegen hier kommt her erstmal den vampire hier boah da kommen sie alle so und einfach rein halten das ist echt ein bisschen massenvernichtung hier so wow flammenwerfer ist halt cool dass er durch die leute durch geht aber der hält auch echt viel aus der mit seinem laser da immer ich glaub der flammenwerfer ist nicht schlecht gegen so einen skeleton der diese vier arme hat oder auch gegen die twins da ich dann beide treffen kann boah ich muss jetzt jeden slime töten den ich unterwegs sehe um hier mehr schuss zu haben ich hab schon wieder 50 schuss verbraucht oh der schießt halt einfach doch mit dem minigun rum äh ne nicht mit dem minigun mit dem wie heißt der mega shark aber ich hab noch kein schwert bekommen oder ne hm solar eclipse ist bald vorbei ich hoffe die lassen jetzt noch so ein broken heroes sword fallen ich stell mich extra in die arena weil hier mehr spawnen mehr gegner spawnen und ich glaube jeder gegner von dem event kann das trocken ich muss die schneller töten dann spawnen die schneller wieder nach wer kommt spawnt kommt her es gibt so viel münzen ich hab schon wieder 55 gold vorhat ich glaube ich 15 als ich angefangen hab hier mit dem event jetzt wenn die nur so ein schwert fallen lassen das wäre richtig nice weil das ist eigentlich das was man braucht von diesem event hm mal wann diese weeper die sterben ja instant aber die vampire sind echt ekelhaft genau dieses swarm thing hier und die frankensteins die können die glaube ich trocken Bei den Vampiren bin ich mir nicht sicher Und bei diesen Reapern auch nicht Aber bei den anderen beiden bin ich mir ziemlich sicher Das habe ich so im Wiki gelesen Ah, ich habe nur einen Banner bekommen Was ist denn mit den ganzen Banners hier? Ah, genau was ich mit den Bannern machen wollte Das stimmt, kann ich euch nachher noch kurz zeigen Oder in der nächsten Aufnahme mit allen Das Problem ist, ich möchte immer bauen und die anderen wollen nicht bauen Deswegen baue ich aufs Spiel Aber, äh Oh Ja, das ist, die Gegner sehen mich nicht Das stimmt allerdings Aber das ist cool dann nachher, wenn wir im Multiplayer sind Dass die Gegner mich dann einfach nicht sehen Ich stelle mich einfach irgendwo hin und schieße nur rum Ich meine, sie sehen mich ja Ja, sie haben eine gewisse Chance, dass sie mich nicht sehen Oh, nur noch 160 Schuss Oh, oh, so ein Lasertyp hier Aua, der gibt mir aber auch träge dieser Lesertyp Lässt aber auch nicht irgendwie eine geile Fernkampfwaffe fallen oder so Ja, ich wechsle die Waffen immer mal ein bisschen ab Ich weiß auch nicht warum Einfach so Weil ich glaube, der Flamethrower, der macht zwar Konstant Schaden an alle Aber nicht so viel Ich habe irgendwie das Gefühl Der macht mehr Schaden, wenn ich den treffe So, komm Leute Spawnt noch ein bisschen hier Das Event ist gleich vorbei Soll ich mal in Nahkampf gehen, Leute? Ich zeige euch mal, wie ich hier im Nahkampf scheiße bin jetzt Meine Rüstung Oh je, ich sterbe Nein, jetzt ist das Event vorbei Schauen wir mal, was ich für eine Ausbeute habe Burken Bad Wing Nochmal, jetzt könnten sich zwei solche anderen Flügel machen Hm Ja, wie gesagt, das ist halt leider eine Nahkampfwaffe Sonst wäre das für mich ziemlich geil Ah, ich nutze jetzt trotzdem Oh, nochmal So ein Werwolfverwendung, äh, Verwandelteil Was ein bisschen schade ist, dass Solar Eclipse ist jetzt schon vorbei Es ist aber trotzdem noch Nacht Ist ein bisschen komisch Nein Alte Taktik, da hinstellen Oh, jetzt sehen sie mich ja nicht mehr Immer wieder ein bisschen bewegen Hallo, hier bin ich, hier Hi, hier, Leute Also, ich habe Drei Banner Ich habe so einen Moon Charm bekommen Ähm Diese Broken Bad Wings Ja, das war's Hm Schade Okay, ich mache die noch kurz kaputt Und dann zeige ich euch noch, was ich gebaut habe Und dann ist das hier eine Folge, die vielleicht ein bisschen länger ist Oder vielleicht ein bisschen kürzer Keine Ahnung, wie lang es jetzt ging Ich habe nämlich ganz schnell einfach DxToy angeworfen Also mein Aufnahmeprogramm Um das hier schnell aufzunehmen Ich meine, den Anfang von Solar Eclipse habt ihr eh verpasst Aber es steht hier im Chat, ne Seht ihr Und ihr habt auch die Monster gesehen Also es ist passiert Das Gute ist halt Ich verbrauche mit diesen Diskus hier Mit diesen Verbrauche ich halt keine Munition Deswegen benutze ich die jetzt hier für die einfachen Gegner Wenn ich Ewigkeiten brauche Oh, ich brauche echt Ewigkeiten So Jetzt kommt man hier und runter Genau Aber man kann sich damit die Gegner ganz gut vom Leib halten Ach komm, scheiß doch Hier Ja und ich habe meine Schüsse mit Cursed Flames ausgerüstet Die hatte der Tobi auch schon so ausgerüstet Oder ich auch schon Genau Dann werden die nämlich vergiftet Mit einer gewissen prozentigen Chance Oh, nochmal ein Lucky Moonjump Oh mein Gott Ja, davon haben wir jetzt schon ein paar So Und du auch noch Herr oder ist Solar Eclipse etwa Nen Tag Ähm Ding Also was am Tag passiert Naja, auf jeden Fall Ich zeige euch mal kurz, was ich gebaut habe Also Genau Das ist hier dieser Dieser Ähm Dieses Gerät Wenn ich dort einen Chlorophyte Bar hätte noch Dann könnte ich ihn mit einem Chlorine Mushroom Könnte ich ihn Ähm Zu einem Schwumite Bar machen Und damit habe ich mir die Rüstung gemacht Okay So, meine Rüstung hat jetzt Mit der Mit dem Kopf werden immer Äh Verschiedene Ranged Abilities festgelegt Und mit dem habe ich jetzt Ähm Increased Bullet Damage Also alles was mit Also mit Also mit so einem Bullets Hier Mit dem da hier Passiert Macht mir Schaden Hier habe ich einen Bereich ausgehoben Um Für diesen Truffle Ähm NPC Den gehe ich mal kurz hoch Äh Zu spawnen Aber dann fiel mir auf Nee Das ist ja gar keine Oberfläche Und ich brauche ein Oberflächenbiom Also habe ich hier ein bisschen Dach drauf gebaut Hier so einen kleinen Dachstuhl noch Ein bisschen Aussichtsplattform Eine andere Aussichtsplattform noch Und dann eben hier Eine kleine Ähm Wendeltreppe Und dann hier oben Das Biom Hergestellt Kann man auch die ganzen Pilze Farben Oder ich baue Kann auch die Bäume abbauen Da werden auch Pilze getroppt Die wachsen dann wieder Ja Und habe eben hier Ein Haus für Truffle gebaut In dem Fall heißt er Reishi Und bei dem kann man Geile Sachen kaufen Alles mit Äh Mit Pilzen Genau Zum Beispiel könnte ich auch hier So ein Mushroomsbier holen Und äh Hier der Kostet ein Platin Münze Aber den habe ich bezahlt War kein Stress Genau Und das ist das Was ich hier gebaut habe Und sonst Ja das andere habe ich euch schon gezeigt Mit dem Tobi Aber ich zeige dir das jetzt Trotzdem nochmal kurz So Genau Hier die Chlorophyt Farm Es ist noch nicht Ein bisschen gewachsen Also entweder dauert es Ewigkeiten Oder ich weiß auch nicht Oh Da ist ein Ich muss mal kurz hier Das Was noch ein bisschen entfernen Da ist ein Mooncloth Entstanden Die haben wir nämlich alle Verbraucht Tobi und ich Um Äh Spelunkertränke zu machen Haben wir jetzt keine solche Mooncloths mehr Beziehungsweise Den einen haben wir jetzt Oh Na Das warst du hier Kollege So Und dann hole ich mir hier noch Blinkwoods Damit ihr auch mal sieht Wie man hier Ähm Farmt Wo sind jetzt die Blinkwoods Seeds Oder ihr seht es auch Nicht Haben die nur Blinkwoods getroppt Ah ne Direkt wieder neu anpflanzen Gut Dann war es Das eigentlich was ich euch zeigen wollte Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Aufnahme wieder mit allem gemeinsam Außer es passiert mir jetzt noch irgendwas beim Bauen Weil ich glaube ich möchte jetzt hier noch Doch noch diese Farm reinbauen vielleicht für Ähm Für Gel Aber Aber Das muss ich mir noch überlegen wie ich das mache Macht's gut Bis dann Ciao Ciao Bis dann